Gehören Sie auch zu den Leuten, die gerne mal über die Amerikaner schimpfen? Nun, man kann über die Amis sagen, was man will, aber wenn es um das Verhältnis zu Ihren Unternehmen und Firmen geht, sind Sie uns Deutschen deutlich voraus. Denn wie ist es hierzulande? Die meisten Firmen in Ava stecken nicht nur Ihr gesamtes Herzblut in Ihr Unternehmen? Nein, wenn es mal eng wird, pumpen Sie sich auch noch Ihren gesamten Familienbesitz hinein und verfänden Haus und Hof. Und Sie wundern sich dann, wenn Sie nach dem bitteren Ende vor dem Aus stehen. Wie gesagt, das können die Amerikaner besser. Wenn da ein Unternehmen nicht mehr richtig läuft, wird es rechtzeitig entsorgt. Und die ehemaligen Inhaber können anschließend in alter Frische mit einem neuen Unternehmen weitermachen. Ich denke, das ist eine wirklich gute Einstellung. Zu der rate ich immer meinen Geschäftsfreunden, wenn es bei denen unternehmerisch am Ende entgegen geht. Statt das Unfeinmeidbare unter Höllenqualen hinauszuschieben, sollten Sie lieber einen sauberen Schritt machen. Lassen Sie sich helfen, von meinem Ratgeber mach Pleite und starte durch. Sorgen Sie dafür, dass Sie rechtzeitig Ihr Vermögen in rechtliche Sicherheit bringen und legen Sie den Grundstein für einen Neuanfang. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsunline.de Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher Ich habe mir hier